Hallo, wir machen heute einen Hefekranz und da der bei mir etwas schlichter ausfallen sollte, habe ich nur die Hälfte des Teiges verwendet. Ihr könnt natürlich auch den ganzen Teig nehmen, dann habt ihr ihn noch höher und etwas breiter. Da ich aber eine große Öffnung in der Mitte haben wollte, hatte ich jetzt nur die Hälfte genommen und von der anderen Hälfte einen Hefezopf geflochten. Das zeige ich euch dann im Anschluss auch noch mal ganz schnell. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch Feedback und ihr könnt mich auch gerne abonnieren, das kostet nichts. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video und bis zum nächsten Mal. Tschüss! ! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020